Jo Leute was geht, willkommen zu Skull & Bones, die Beta ist in vollem Gang und ich glaube ich habe die Beta auch so weit es geht mittlerweile durchgespielt, ich habe den höchsten Rang erreicht, den man in der Beta erreichen kann, das ist nämlich Brigant, da sieht man das, Ruhm, Brigant und das nächste Level ist noch ganz weit entfernt und könnte auch gar nicht freigeschaltet werden, das kommt dann erst mit dem Full Release. Aktuelles Schiff ist bei mir der Bomber und Rang 7 und allgemein will ich erstmal 1-2 Minuten ausholen, wie gut mir das Game gefällt, auch ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen, die da hoffentlich dann in Zukunft noch besser gemacht werden. Allgemein muss ich sagen, dass sich die Open Beta nicht groß von der Close Beta unterscheidet, klar, es geht ein bisschen was weiter, also ich hatte auch die Möglichkeit, hier auf der Karte noch ein gutes Stück weiter wegzuschippern, hier hin in die nächste Stadt mit dem nächsten Piratenversteck mit drin. Ich konnte mein Schiff viel weiter ausbauen, allgemein konnte ich viel mehr machen, als ich es in der Close Beta machen konnte und allgemein muss ich sagen, für eine Beta ist es so unfassbar umfangreich, also jeder der jetzt komplett die Beta durchgespielt hat, konnte richtig, richtig viel Zeit und Inhalt hier sehen, was nicht unbedingt normal ist für eine Beta. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Diablo Beta, da war ich zweimal mit dabei und dort konnte man einen Charakter nur bis Stufe 25 spielen und auch nur Akt 1 von 5 Akten, da habe ich das Gefühl, dass man hier schon viel, viel, viel mehr vom Spiel sieht und es fühlt sich schon eigentlich an, als würde man das komplette Spiel spielen, weil man auch die ganzen Missionen, Nebenmissionen und auch die Hauptmissionen soweit spielen kann. Vom Spielstil hat sich auch nicht sonderlich was getan, ist immer noch genauso geiles Gameplay wie vorher auch. Auf den Inseln hat sich ein wenig was geändert und zwar kann man da jetzt Schatztruhen finden, das lädt ein wenig mehr dazu ein, die Inseln ein wenig mehr zu erforschen. Aber wenn wir mal aufs Schiff zurückgehen, gerade beim Schiff hat sich nicht wirklich was getan im Vergleich zur Close Beta, musste es aber auch nicht, weil ich es da auch schon mega gut fand. Das Gunplay macht unfassbar viel Spaß, vor allen Dingen, wenn man dann hier mit einem Mortar oder mit einem Bombarde einen Gegner auf 1000 Meter abballert, macht das unfassbar viel Spaß. Die Nebenmissionen sind super und ja allgemein bin ich wirklich sehr geflasht und sehr sehr süchtig. Ich habe jetzt in den letzten drei Tagen, obwohl ich echt viel krank bin, bam, bam und wenn man dann da hinten eintrifft, das macht erstmal Höllenschaden und es macht übel viel Spaß. Obwohl ich krank war, übel viel reingesuchtet, am 13. werde ich dann hier nochmal richtig reinsuchten, wenn der Full Release ist, aber ich will unbedingt auch mal ein paar Sachen ansprechen, die leider nicht so gut sind. Und das ist allem voran einmal das Schnellreisen, die Schnellreisefunktion, das ist nämlich nur möglich, wenn ihr euch an einem Anliegepunkt befindet, das heißt, wenn ihr wirklich von Bord geht, bedeutet ihr kommt an so einen Anliegepunkt, müsst einmal von Bord gehen, das dauert dann ein paar Sekunden, bis ihr wieder an Land seid. Und wenn ihr dann an Land seid, dann müsst ihr wieder hier in dieses Menü gehen und dann auf Schnellreisen. Und wenn ihr dann in dieser Schnellreise seid, dann könnt ihr überall hinreisen zu diesen Punkten mit diesen zwei Pfeilen. Und das Ganze kostet, je nachdem wie weit es weg ist, Silber. Und Silber ist die Währung, die dann, je nachdem wenn es weit weg ist, dann auch sehr happig wird. Also wenn wir einfach nur von unserem normalen Stützpunkt in diesen anderen Stützpunkt transferieren wollen, was, wenn ihr das segeln wollen würdet, ihr seht hier auch die Kilometeranzahl, sind das 16 Kilometer, da seid ihr morgen eben 15 bis 20 Minuten unterwegs über die offene See. Auf der offenen See gibt es auch noch große Wellen, die euch one-hitten können, also ist auch nicht so ungefährlich. Dann gibt es hier noch Freibeuter, die euch angreifen können, also man will auf jeden Fall diese Schnellreisefunktion machen und das mache ich jetzt auch mal. Und das kostet halt jedes Mal 600 Silber und die muss man dann auch erstmal wieder einfarmen, um die Silber zu bekommen. Deswegen hoffe ich, dass nach der Beta oder in den ersten Patches das einmal reduziert wird oder vielleicht sogar ganz entfernt wird, weil man muss die Schnellreisefunktion nutzen und dafür ist es schon sehr teuer. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich an Schnellreise schon bezahlt habe, das muss auf jeden Fall geändert werden. Bei den Nebenmissionen haben wir uns alle durchweg ein wenig mehr Informationen gewünscht, um bei manchen Nebenmissionen genauer zu wissen, was man tun muss. Das wird manchmal ein wenig schwammig dargestellt und gerade am Anfang weiß ich, dass ganz viele Leute Probleme hatten, Akazienhold zu finden. Und das hört auch nicht im Spiel irgendwann auf. Es ist leider wegen dem Multiplayer, dass wenn ihr an eine Stelle kommt, wo ihr was abbauen könnt, wie hier zum Beispiel diesem reinen Eisen, habt ihr das Gefühl, das Problem, dass ab und zu ihr gar nicht die Möglichkeit habt, das abzuholzen oder abzubauen, weil vorher schon jemand anderes dran war und diese Ressource hier schon leer ist. Das ist echt nervig und ich hoffe, dass das auch ein wenig, also entweder die Respawn-Zeit ein wenig reduziert wird oder, ja, ich weiß auch nicht. Wenn wir da jetzt mal hinfahren, kann ich eigentlich schon wieder eine Wette drauf abschließen, dass die Ressourcen da schon wieder weg sind und ich da nichts abbauen kann. So, jetzt bin ich gleich da. Ich werde da genau dran mich rantasten. Und mal gucken, ob da was ist, aber es glitzert schon nix. Ja, hier ist nix. Ja, also das ist ganz oft, dass entweder der Punkt ist vielleicht falsch gesetzt, kann auch sein, aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass die Sachen halt schon abgeheult sind oder so. Ja, aber mal abgesehen von echt vielen Kleinigkeiten, was heißt vielen, von einzelnen Kleinigkeiten, muss ich sagen, ist das Game so grandios nice. Mir macht das unfassbar viel Spaß und ich bin so süchtig. BAM! Merkt ihr, was so Spaß macht? Wenn das trifft, das macht so Spaß. Zack! Schön. Und hier noch ein paar kleine. Das war's. Plündern. Es macht so viel Spaß, diese ganzen Schiffe kaputt zu machen und umherzusegeln und die Weltmeere unsicher zu machen. Also rein, dass die Schifffahrt und das Kämpfen und die Missionen und das Welt erkunden und sammeln und looten, das macht unfassbar viel Spaß. Auch das Hochleveln und Ausstatten eurer Schiffe macht übel viel Spaß. Das Sammeln von Blaupausen und das Aufleveln im Ruhm macht übel viel Spaß. Es ist, also was das angeht, wirklich richtig gut und ich freue mich da schon extrem auf den finalen Release nächste Woche. Für jeden, der noch die Chance hat, ladet euch heute nochmal die Beta runter und schaut nochmal rein. Es lohnt sich, Leute. Ich werde bestimmt auch nochmal ein finales Review machen, wenn ich dann das Game komplett durchgespielt habe oder zumindest mal viel, viel, viel mehr gesehen habe vom Spiel. Aber alleine von der Beta, mein Fazit ist extrem positiv. Man kriegt so einen ultra großen Umfang für eine Beta, die komplett umsonst ist, die sich jeder einfach runterladen kann. Ich bin unfassbar geflasht, ich habe unfassbar viel Bock. Heute werde ich mit der Community ein paar Kopfgelder machen und reinschauen in die globalen Events, weil überall auf der Weltkarte können auch nochmal Events auftauchen, die man dann mit mehreren Leuten bespielen kann, was auch nochmal richtig viel Spaß macht. Hier haben wir glaube ich sogar eins, oder? Halsabschneider. Ja, ja, der Halsabschneider. Habe ich bisher noch nicht gemacht, traue ich mich heute ran als Abschluss für die Beta. Und ja, und dann vielleicht nochmal ganz interessant, alles was in der Beta erspielt, könnt ihr ins finale Game übernehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier schon ein besseres Schiff habt oder ein paar coole Kanonen gefunden habt oder schon Sachen gesammelt habt, das wird alles ins finale Game übernommen. Da müsst ihr also keine Angst haben, dass das alles wieder von vorne beginnt. Und für alle anderen, die die Beta schon gespielt habt, schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr auch so positiv gestimmt seid wie ich. Ich bin sehr positiv gestimmt. Gibt ein paar Bugs hier und da. Es gibt auch noch viel Verbesserungspotenzial. Ich glaube, das ist normal. Aber alles in allem bin ich sehr positiv. Würde mich selber voll auf den Kanal freuen über ein Like auf dem Video und sage es zum nächsten Mal, Leute, haut rein.